Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Jetzt, wo man hier bei Maya Wolf farmen kann, kann man auch nochmal Ellie anklicken und ja, mal sehen, was ich möchte. Ellie sieht dir direkt in die Augen. Du spürst, dass sie dich herausfordern möchte. Okay, ein Rennen, alles klar. Das ist schon cool. Wow, wo geht das hin? Wo geht das hin? Hä? Wir reiten jetzt einfach mal Ellie und Maya hinterher, weil ich weiß nicht, wo es lang geht. Aha, okay. Günstig ist das natürlich nicht, wenn man nicht sieht, wo man lang reiten muss. Aber ja. Oha, böses Gestrüpf, böses Gestrüpf. Ah, shit. Okay. Ähm, ja. Warum fährt hier eigentlich ein Auto lang, verstehe ich nicht. Soll ich vielleicht auch gar nicht. Ähm, ja. Hä? Okay, verloren. Gut, nochmal von vorne. Wenn euch jetzt wundert, warum das so merkwürdig hängt, im Hintergrund ändert das erste Video, also das aller aller erste Video zur Maja Quest mit Ellie, deswegen kann es sein, dass es jetzt nicht so gleichmäßig läuft hier, das Video. Ich guck mal, ob ich ganz außen rum reiten kann, um alles gestrumpft zu vermeiden. Oha, es geht sogar. Hätte ich jetzt gerade gar nicht mit gerechnet. Hier bin ich jetzt auch besser drüber gekommen. Das Auto konnte ich jetzt auch besser meiden. Nicht schlecht. Finde ich gut. Bis auf die paar Fails beim ersten Probelauf finde ich das eigentlich ganz schön. Auch die Streckenführung. So, und ab hier ist jetzt neun. Oha, oha. Okay, da haben sie sich ein bisschen was von der Starshine-Range abgeguckt, okay. Schlecht finde ich das natürlich nicht. Okay, das war's dann wohl. Abdehnen kann man das Ganze bei Maya, okay. Tut mir leid, Ellie, heute hat wohl Springwind die Nase vorn. Gut geritten, Dascha. Okay, das war irgendwie cool. Wissen tue ich jetzt allerdings nicht, ob man das nur einmal machen kann, weil ich sehe Ellie nicht mehr. Kann auch sein, dass sie jetzt woanders... Ach, hier ist sie. Aber sie hat's nicht mehr, also war das eine einmalige Sache. Okay, schade. Interessant zu wissen wäre jetzt für mich, ob das eine Art Daily dann wird. Also, ob wir Ellie dann jeden Tag anklicken können und dieses Rennen machen können. Cool wär's natürlich. Aber, äh, ja. Das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Ich bedanke mich für euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Saget Tschüss und bis zum nächsten Mal. Äh. Make it출f atnoon. Ich wurde jetzt Color.